Das ist auch neu, das kenne ich gar nicht, dass hier so viele informelle Wohnungen sind, weißt du das? Ich will mal sagen, das ist die Monte-Christos-Straße, das war die Hauptstraße zum Gugel am Nachdach. Die ist jetzt in der Mitte und du musst sie suchen. Eieieie, das war damals hier eine Sandstraße. Siehst du, das ist ein formeller Markt. Fahr mal langsamer, Sweetie, manchmal, manchmal musst du einfach wissen, dass das eine Touristenattraktion ist. Ja, das ist so Katastrophentourismus, darüber muss man sich eben klar sein, man ergötzt sich in der Not der anderen, bei einem Elend der anderen, das ist nicht schön, ne? Nee, aber wenn er, das wird eben, ich rede jetzt ganz lieb, wenn er mal wieder so ein Stand hier draußen ist, dann klappert er langsamer, ne? Ich glaube aber nicht, da wird noch einer sein. Aber wenn da einer ist. Oder sehen Sie, wie er ist. Was mich selber erschreckt ist, wie diese informellen Wohnungen sich jetzt hier auch ausgeweitet haben. Doch schon lange, Sweetie, das hier schon, Monte-Christos-Bad ist schon lange so. Und das sieht dir aber schon so ein bisschen durchorganisiert aus, ne? So mit Stromleitungen und so weiter. Ja. Und um das, ähm...